so gut ja gewinn gewinn ich mache gewinn ich bin so toll ich bin so toll ich bin so großartig ich bin total super so wie sieht es jetzt aus wie keine wasserversorgung seit wann muss man den krankenhäuser mit wasser versorgen dumm unsinn habe ich noch nie gehört ordentlich wasser versorgt überall gut ich will geld sparen für ein kraftwerken weiteres habe ich sagten wie alt ist das 13 jahre so fällt mir jetzt erst auf dass diese ihre lebenserwartung wieder zeit verlängert 90 jahren das ist noch nicht so alt mal gucken wo ich das hinstellen sie will mehr schienen na gut wollen wir mal nicht sein und ziehen wir hier einfach hier eine schöne linie von meinem zug gelegt so da habt ihr schienen das reicht hoffentlich mehr baue ich jetzt auch nicht ich baue jetzt nur diese schienen mal gucken wenn ich die dann da hinten rum lege äh bahnhof bauen wir hier und dann hier schienen 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 so sehr schön hab ja auch ich gebaut das funktioniert nicht so ähm ähm haben wir hier kurz ne pause und dann können wir hier gelände üben wie das geht nicht das ist doch schon mal eine verbessertung jetzt kann ich da keine straße mehr langlegen dann ebenso doch fast genauso schön voll hässlich aber egal egal karl da muss man durch so weiter geht's industrie nach was ist das denn für ein riesiges konzeptions ding baumarkt lager oder so kenne ich schon ich erinnere mich das ist 1200 rekruten aha interessant nein schule in hülle und fülle ja toll ich will eh keiner hinweg jetzt schon die schule das sind doch so assi strebe verhauen wir gleich ey jungen schulen bildung steigt gut gut äh ich muss dann schon mal planen wo ich dann hier weiter war kann ich hier so eine brücke rüber ziehen äh nein das heißt ich muss hier erst wieder ebnen ganz teuer geld was ist das für eine höhe 65 meter ok das ist jetzt das hier hoffe ich mal mal nachgucken ja 65 meter damit das alles eine schöne passform hat ne wir wollen hier auch Ordnung ins system bringen äh das kostet jetzt ok kraftwerk dauert noch ein jahr habe ich gerade erschlossen nein was nein geh weg pull aus es muss doch jetzt hier irgendwie möglich sein eine brücke rüber zu bauen oder auch nicht ich verschwende hier einen hauchen kohle gerade was gefängnisse überbelegt ach jetzt soll ich mich mal darum kümmern ach ist nicht so wichtig was zur hölle so schnell so schnell sollte die doch gar nicht leer werden oder oder antwortet mir sofort gefängnis wo kann ich das noch hinstellen habe ich denn noch platz gefängnis 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 Gewerbe mach ich jetzt einfach mal so hier GigaMail statt Geld aber die Tante immer leiden die leiden vielleicht darunter das reicht noch nicht so bringt mir auch die Umweltverschmutzung weg man planiert sie einfach über ne da muss ich ja noch eine Straße hinlegen Scheiße hab ich jetzt gar nicht daran gedacht ähm oder reicht das so schon Stoßversorgung Wasserversorgung Paarse Zeit für Parkplätze 40 Stunden na ist doch schön so damit töte ich jetzt die Gewerbe endgültig ab aber ich verdient 5000 was? ach so bis heute hm nach 500 jeden Monat jawoll aber ich hab halt Kohle ohne Ende hey toll so jetzt können sie mir nochmal diesen Brückenbau zuwenden muss ich das vielleicht flacher auslaufen lassen so Gelände absenken das heißt hier äh äh ach komm warte fuck warte fuck wann geht denn das jetzt hier nirgendwo ach so ein Mist ein dummer hey ach so versteh's grad nicht äh U-Bahn überfüllt was ja tschüss tschüss so meine Gewerbenachfrage ist tot sehr gut habe ich erfolgreich getötet Türi tötigt war ja klar dass das passiert ähm ich kann hier nichts absenken boah so das muss jetzt einfach mal sein ich will hier ne Brücke rüber bauen irgendwie mal irgendwann kann es aber nicht dauern bis ich das hab kostet ja zum Glück nix gelände anheben ähm zwar hier so vielleicht jetzt ne das ist es noch nicht irgendwas fehlt da noch ähm äh ja äh nein ich glaube auch nicht dass es das ist so vielleicht nein was soll ich denn tun damit ich hier ne kack Brücke bauen kann was soll ich wie gehen mhm mhm so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt wieso gar nicht ähm ich baue gerade richtige Scheiße mhm ne ich glaube eher nicht so so eher nicht ne wo könnte ich denn eine Brücke bauen schauen wir das mal irgendwo an wo ich das machen kann hier also nicht hier also nicht samm ich bin jetzt bescheuert ich würde mich jetzt hier verarschen ich hätte nirgends mal eine Brücke bauen können ja ja gleich wieder Leute rum rumlaufen ich hätte echt 122.000 Einwohner ähm okay wir reisen hier nochmal weg und machen hier erstmal ebnen mhm ich halt echt kein Geld mehr habe jetzt was soll denn der mit wieso sagt mir das denn jemals ich kein Geld mehr habe sagen sie nix und lass mich weiter Geld ausgeben ihr seid doch total gescheuert so was ist das denn das Sicherungsgebäude na ist doch schön wobei wahrscheinlich das Kotzen mal oben steht und denken sie nur boah oder bin ich hier rauf gegangen oh mal raus und wird doch wieder das Kotzen kriegen hahaha yeah Schwerindustrie muss das sein ach so ein winziges Gebäude ach ach ist ok sah so komisch aus da äh echt jetzt echt ok passt auch immer war halt seit 40 Stunden finde ich geil die sonst noch was auch ein extra CR Kaugummi ich brauche mehr von diesen Dingern wie ich feststelle ich brauche auch mehr von den knistern grünen Zeug so was sind das überhaupt für Geschäftsverträge äh plus 300 im Monat das macht 3600 im Jahr boah ich glaube so kann ich die Steuern gar nicht drehen wie ich das machen müsste damit das sich hier lohnt mehr als das Einkaufszentrum mhm interessant der Stadt ist zugeparkt ach tatsächlich ach die U-Bahn sind auch noch voll warum kommen wir da zu mir? hab ich damit irgendwas zu tun? oh der tolle Bahn Busbahnhof dänisch Busplatz auch genannt Wasserversorgung nein was? bist du betrunken? Juni hast du viel Wasser du kannst damit keine Ahnung keine Ahnung was waschen äh nein das können wir noch eins runter drehen das können wir noch eins runter drehen vielleicht wird es jetzt wieder besser nein ich glaube mein Nachfrage ist dann endgültig tot ja das Gebäude tötet irgendwie die Nachfrage nach Industrie aha jetzt wird es wieder besser so was haben wir denn da schönes? ach kennen wir schon okay ja ich klingel immer an allen klingeln und laufe dann einfach weg und denke ah Idioten mit euch geistig voll überlegen zu wenig Büchereien zu wenig Büchereien oh ja zu niedrig glaube eher nicht so was ist jetzt kaputt wow die Katastrophe war ja enorm wow wow ich bin schockiert total ähm total überfordert jetzt mit der Situation so wie kriege ich da eine verschissene Brücke hin? vielleicht jetzt noch ein Stück absenken schön flach halten den Ball das sind jetzt hier 39 Meter hey tup 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 ich glaube das ist zu viel nicht wie viele sind das jetzt? 26 Meter ist nur ein Stück höher machen wir so von oben auf 65 hier haben wir jetzt 39 perfekt wenn wir jetzt auch nicht gehen dann verdammt Moment mal kann ich keine Brücke bauen? kann ich keine Brücke bauen? ich mach irgendwas falsch wir wissen was Moment wo gibt's ja kein Inhaltsverzeichnis da gibt's ja kein Inhaltsverzeichnis ja schön Einsteiger bla bla da gibt's ja kein Inhaltsverzeichnis ja ja wie das ist das Buch schon mal nicht Umwelterschmutzung bla 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 gibt's hier irgendwie so ein Verkehrsweh ne das ist aber richtig 91 so Brücken bauen wie baut man hier Brücken? wir brauchen ein Hilfsbuch um Brücken zu bauen bla 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 Blablabla Ja, hab ich doch Was ist denn falsch? Ich mach das doch genau so Hallo Hallo Wolle mich doch verarschen Irgendwas funktioniert hier falsch Irgendwas läuft hier total falsch Ich weiß nicht was Das deprimiert mich Mir ist voll depressiv Deswegen schauen wir jetzt voll die Pulsarten auf So 127.000 Um es mal ein Leben beizurwenden So was wollen wir nicht irgendwie Doch bald schon hin So was wollen die Die alte Schleckschraube Golfklub Eine Bibliothek Eine Bibliothek Eine Bibliothek Äh Bibliothek Und wo wir schon dabei sind Jupp Eine Schule kriegen sie auch noch reingedrückt Da hilft kein Weg drum rum Jetzt will ich euch alle Die Schule ja klein trägst Krankenausflügel Dann nachher Wenn ihr euer Essensgeld nicht gebt So großzügig ebnen Und mal noch ein paar Tausende Dieses Jahr übrig lassen Aber allerdings 20.000 20.000 Hab ich gesagt Was hab ich hier Jetztes Jahr 26.000 Ah da können wir noch irgendwas ausgeben Falsches Fenster Schon wieder falsches Fenster So wie gesagt doppelt falsch Ähm 5600 Na das ist doch ein Wort Es blieb mir halt echt mehr Dieses Scheiß Ding Als diese lächerlichen Steuern Wart mal So da sind wir jetzt eh pausiert Ähm Zwei Prozent Welches auf Maximum drehen würde Wirds was bringen Aber das zahlen die eh nie 300 Mal 12 Mal 2600 Das heißt so ungefähr Ab dem Steuersatz Was sie eh nie zahlen wollten Wärs theoretisch mehr Aber das machen sie eh nie mit Die Arschgesichten So ich muss nachher nochmal herausfinden Warum ich keine Brücke bauen kann So und Ich wollte noch irgendwie Bahntechnisch irgendwas bauen Ich meine mich dazu erinnern Sehr gut Das wollte ich noch bauen Jetzt kann es ja weitergehen Nicht so viel ausgeben Ich habe nächstes Jahr noch 25.000 25.000 Dann könnte ich ja nochmal ein Stück Flughafen bauen Und meinen Hafen noch Vollständigen technisch Wunderschön Wunderschön Das war's mein Gefängnis So 0 300 Gut Was zur Hölle Ist das doch irgendwie nicht angeschlossen oder was Doch Doch ist das was Wofür werf ich denn da keinen rein Ich sehe irgendwo die Strase kaputt Ich sehe irgendwo die Strase kaputt Ne Sieht gut aus Hm Merkwollig ist das Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch Hat das vielleicht kein Wasser Apropos Wasser Sind die da unten wieder auch angeschlossen Oder habe ich das Nein Ist doch angeschlossen Gut Hm Wasser haben sie auch Verstehe ich nicht Muss man nicht verstehen Zu mal ran Dann und wann Dann und wann Dann und wann